jo freunde was geht ab zu der neuen frischen folge von fresh tv videos heute will ich mit euch minecraft pocket edition spielen da werden wir mal sehen ob das ganz gut ist aber schreibt mal in die kommentare ob ihr auch minecraft spielen wollt das würde mich mal interessieren schreibt mal in die kommentare das jetzt mal spielen wissen mein cousin kommt jetzt gleich zu mir jetzt jetzt guck das ist mein haus so lange so lange gedauert das war doch schon bestimmt hat schon drei tage das ist machen wir einfach so so oh man machen wir die Marco so so hier sind meine Pferde habt ihr Hunger da ist mein Pferde habt ihr Hunger ich krieg mal euch kaum unten was ist das was ist das was leckst durch den Pferd das bis jetzt ist das der so yes es ja eine münze joo wie geil ich bau das ab ich bau das ab ich bau das ab ist das warte mal, ich will euch was zeigen und der Kristall ist doch geil jetzt wie geht es denn von Marius? muss man einen Block machen? hier im Block dann warte mal das ist das Weil das Ohr aussieht, voll geil und es ist so geil. Ja und das ist meine tolle Zeitung. Sie sind kurz oben, wir gucken kurz nicht Leute. Ich muss kurz kacken. Schoss Junge. Ohle. Partisch. Und hier ist dann mein Tusch. Da krieg ich immer so. Wie. Jetzt. Ok. Ich werde fluschen. So und jetzt gibt es nicht mehr so vieles weiter. Wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert mich. Like es ist mir eh nicht so ein Stichhund. So und jetzt. So. 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 So.